Herzlich Willkommen bei Walter Schneider Fludersbach. Ich bin Frank Clemens und hier am Standort der zuständige Geschäftsstellenleiter. Unser Haus wird Ihnen heute präsentiert von meinem Kollegen in Tobias Weingarten. Herzlich Willkommen im zweitgrößten Standort der Walter Schneider Autohäuser hier in der Fludersbach. Ich bin Tobias Weingarten und hier am Standort im Gebrauchtwagen verkauft tätig. Heute darf ich Ihnen alles zeigen, was wir hier an der Fludersbach für Sie zu bieten haben. Wir bieten Ihnen in unserer Neuwagenausstellung einmal die Nutzfahrzeuge von Caddy bis Crafter, auch über Multivan und zusätzlich dazu unsere PKW Neuausstellung, in der Sie auch alle Modelle der Volkswagen Gruppe finden werden. Hinterm Haus finden Sie dann unsere große Gebrauchtwagenausstellung mit gebrauchten Nutzfahrzeugen oder auch PKWs mit den Marken Tradeport und Weltauto. In unserer hauseigenen Karosserie und Lackierwerkstatt kümmern wir uns um Ihre Unfallschäden. Unsere Mitarbeiter, die fachlich hoch ausgebildet sind, kümmern sich um Ihre Schäden am Fahrzeug und setzen diese fachgerecht in Stand. Das war ein kleiner Einblick in den Standort Fludersbach, wo wir seit über elf Jahren mit über 100 Mitarbeitern täglich für Ihre Zufriedenheit arbeiten. Wir freuen uns, Sie bei Ihrem nächsten Besuch hier begrüßen zu dürfen.